Moin und herzlich willkommen zu einem Video der Reihe Moin Mods. Seit dem Game Update 18 im August 2023 kann man den Mod Browser über das Hauptmenü erreichen, wodurch Ubisoft den Zugang zu Mods für Anno 1800 maximal erleichtert hat. Hier sind natürlich viele unterschiedliche Mods zu finden, die teils nur kosmetische, teils aber auch große Gameplay-Änderungen mit sich bringen. Teilweise sind diese Mods für laufende Spiele geeignet und lassen sich somit in fortgeschrittene Spielstände integrieren, teilweise muss man aber auch völlig neue Spiele beginnen, um die Mods nutzen zu können. Da dies mein erstes Video in dieser Reihe ist, möchte ich das Video in drei Abschnitte gliedern. Erstens möchte ich euch ein paar warnende Hinweise geben, wenn es um die Nutzung von Mods geht. Zweitens möchte ich euch einmal kurz zeigen, wie man im Spiel die Mods findet, installiert und auch verwaltet. Und drittens möchte ich euch drei erste kleine Mods zeigen, die zwar das Spiel selbst unverändert lassen, aber die Bedienung in manchen Punkten verbessern. Ubisoft selbst verweist unter jedem Mod darauf, dass man diese auf eigenes Risiko nutzt und Ubisoft keinerlei Verantwortung für gegebenenfalls entstehende Folgen der Mod-Nutzung übernimmt. Klingt erstmal gefährlich, aber man sichert sich halt ab und das ist durchaus verständlich. Ich selbst habe schon diverse Mods in unterschiedlichen Spielen ausprobiert. Meistens geht das gut, aber ich habe mir durch den Einsatz von Mods auch schon Spielstände mit sehr vielen Spielstunden zerschossen oder musste sogar das ganze Spiel neu installieren, weil gar nichts mehr ging. Mit den Anno-Mods hatte ich aber bislang noch keine Schwierigkeiten, also toi toi toi, so darf es gerne bleiben. Deshalb gilt grundsätzlich, jedem der Mods benutzen möchte, sollte stets klar sein, dass das immer auf eigene Gefahr geschieht. Ich würde grundsätzlich dazu raten, einen Mod erstmal mit einem alten Spielstand auszuprobieren und auch nicht gleich 20 Mods auf einmal zu aktivieren, sondern immer nur ein oder zwei gleichzeitig. Wenn etwas schief geht, dann weiß man zumindest, woran es lag. So und jetzt genug Worte der Warnung. Wo finde ich jetzt diese Mods und wie kann ich sie installieren und verwalten? Wie schon erwähnt, findet ihr im Hauptmenü, ziemlich weit unten, den Menüpunkt Mod Browser. Wenn ihr darauf klickt, findet ihr erstmal ungefiltert alle verfügbaren Mods. Diese kann man mithilfe unterschiedlicher Filter, hier oben rechts, auch noch gezielt nach Art, Region, Sprache und so weiter sortieren. Findet ihr einen Mod interessant, könnt ihr ihn entweder direkt abonnieren oder darauf klicken und findet dann noch genauere Informationen. Die meisten Beschreibungen sind mindestens auf Englisch, aber es gibt auch diverse deutschsprachige Beschreibungen, was sicherlich hilfreich für viele sein dürfte. Abonniert ihr das erste Mal einen Mod, so müsst ihr eine aktuelle E-Mail-Adresse eingeben und werdet dann gebeten, einen Code einzugeben, der euch direkt per Mail zugeschickt wurde. Danach seid ihr für die Mods registriert und könnt die Mods im Mod-Browser fortan nutzen. Habt ihr einen oder mehrere Mods abonniert, findet ihr diese ab sofort in eurer persönlichen Sammlung. Hier könnt ihr diese Mods dann jederzeit auch aktivieren oder deaktivieren und natürlich auch wieder deabonnieren. Aktiviert ihr die Mods und ladet dann einen Spielstand, in dem die Mods noch nicht aktiviert waren, so fragt euch das Spiel nochmals, ob ihr diese Mods einsetzen wollt oder nicht. Klickt ihr dann auf Fortsetzen, werden die Mods mitgeladen und verwendet. Ihr könnt mit dem Aktivieren und Deaktivieren eure Mods also für jeden einzelnen Spielstand einzeln und separat steuern und müsst sie nicht grundsätzlich aktiviert lassen. Und habt ihr Mods deaktiviert und startet einen Spielstand, in dem sie vorher aktiv waren, fragt euch das Spiel wieder, ob ihr die Mods wieder aktivieren wollt oder nicht. Alles in allem also eigentlich eine recht einfache Handhabung. Und weil wir jetzt so viel über die Handhabung der Mods gesprochen haben, möchte ich euch kurz noch drei dieser Mods vorstellen, die das Spiel selbst nicht mal irgendwie verändern, aber aus meiner Sicht das Spielerlebnis deutlich verbessern können. Wer vorhin schon genau hingeschaut hat, hat die drei schon gesehen. Erstens Compact Menus von Jacobs Collection. Hier werden die Baumenüs etwas kompakter gestaltet und Gebäude, die thematisch zusammengehören, in einen Reiter zusammengefasst. Wenn ihr die Gebäudesortierung nicht nach Einwohnerstufe auswählt, sondern nach Gebäudetyp, findet ihr jetzt in einigen Bereichen neue Symbole. Welche zusammengehörige Gebäude vereint, die vorher alle einzeln geführt waren. Beispielsweise findet man jetzt sämtliche Notdienste in einem Reiter oder auch alle Verwaltungsgebäude zusammengefasst. Und auch die Hafengebäude sind deutlich übersichtlicher geworden, weil sämtliche Geschütze in einen Reiter gepackt wurden. Aus meiner Sicht ist das durchaus sinnvoll, weil die ganzen einzelnen Gebäude die Übersicht echt erschwert haben. Ich arbeite gerne damit und kann es persönlich sehr empfehlen. Als zweites der High Contrast Range Indicator Colors von Heckner. Wir alle kennen das Problem, dass man die perfekte Abdeckungsgrenze der öffentlichen Gebäude nicht immer gut erkennen kann. Viel zu oft muss man sehr stark reinzoomen, um die Grenze überhaupt ausfindig zu machen. Mit dem Mod werden nun die Farben komplett geändert, wodurch man die Grenze der vollen Abdeckung deutlich besser erkennen kann. Für mich ist das eine absolute Bereicherung, weil ich diese wichtige Grenze nun endlich auf Anhieb erkennen kann und nicht ständig danach suchen muss. Und der dritte Mod ist eine Perspektivenhilfe. Der Mod Zoom Out In Further von SERP66 macht genau das, was er verspricht. Man kann nun noch weiter rein- und rauszoomen. Ich persönlich finde es fantastisch, weil ich jetzt sogar die größeren Inseln in ihrer Gänze betrachten kann und auf der anderen Seite nun fast die Ego-Perspektive einnehmen kann, ohne in diese wechseln zu müssen. Das schafft bei besonderen Perspektiven eine deutlich einfache Handhabung. So, und das soll es mit diesem Video auch wieder gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass ich dem ein oder anderen den Einstieg in die Mods etwas näher bringen konnte und ihr vielleicht den ein oder anderen Mod auch selbst mal ausprobiert. Selbsterklärte Mod-Gegner finden aus meiner Sicht ein paar Mods, die das Spiel an sich nicht verändern, aber das Spielerlebnis verbessern können. Ich werde euch sicherlich zukünftig noch ein paar weitere Mods präsentieren und habe da auch schon einige im Blick. Wenn ihr allerdings einen bestimmten Mod sehen wollt, dann immer rein damit in die Kommentare und ich schaue, was ich da tun kann. Darüber hinaus freue ich mich über jedes Like und jedes Abo. Vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, sodass ihr zukünftig keine Videos mehr von mir verpasst. Wer meinen Kanal mit einer Spende unterstützen möchte, der findet alle nötigen Infos in der Kanalbeschreibung. Und jetzt bleiben mir nur noch zwei Dinge zu tun. Ganz viele liebe Grüße gehen zu euch raus und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln.